Der Raum war erfüllt von Engeln. Hallo? Sie sind in großer Gefahr. Verschwinden Sie sofort! Safehouse 6 öffnen. Willkommen bei der Township Agency. Ich leite eine Undercover-Gruppe von außergewöhnlichen Frauen. Ihr seid also Lady Spione? Wir arbeiten außerhalb der Regeln. Im Geheimen, im Team. Keiner weiß, dass wir existieren, aber wir beobachten alles. Wer stiehlt humanitäre Spendengelder? Wer bist du? Der Raum war erfüllt von Engeln. Und? Sollen wir dich zum Engel ausbilden? Los, geht's. Gib mir meine Flügel. Los! Wo willst du denn hin? Du landest diesem Vogel natürlich, Hoffland. Was? Bis später. Und los. Hinsetzen. Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Sie dürfen hier nichts anfassen. Es sei denn, Sie dürfen hier Sachen anfassen. Verstehen Sie? Du bist ja süß. Jane flirtest du gerade mit dem hübschen Mat? Das Beste ist nicht, Kriminelle auf der ganzen Welt zu jagen. Das Beste seid ihr. Und tagsüber zu trinken. Das gefällt mir am besten. Zeigt ihr den Schrank? Wahnsinn. Und ich darf mir hier einfach nehmen, was ich möchte? Ausborgen. Ist das eine echte Vorschrift? Engel, der nächste Auftrag wartet. Das Beste ist nicht. Untertitelung des ZDF, 2020